Ich konnte mich verbessern in Sachen gesunder Abgrenzung. Ich blocke meinen Dad online. Er ist nie wirklich für mich da gewesen, wenn ich ihn brauchte und ich hab das satt. Hast du dein Profil gelöscht? Weil das doch mein Weg war, wie ich Kontakt zu dir haben konnte. Meine Ex hat mich blockiert und ich hab einen neuen Account eröffnet, unter anderem Namen. Ich konnte all ihren Scheiß sehen und sie wusste nichts davon. Ich hab einen neuen Account eröffnet, unter anderem Namen. Ich hab ne Freundin online. Sie ist auch klug und witzig. Und habt ihr auch schon telefoniert und sowas? Aber sicher. So. Also, was geht ab? Also, was geht ab? Gar nichts. Das ist super pervers. Das war deine Idee. Das eine war meine Ex-Freundin. Das hier ist dein Sohn. Was, wenn er jetzt schon masturbiert oder so? Gib mir das Telefon. Das ist Inzest. Nein, Jimmy ist es nicht. Ich will ihm doch nur helfen. Er hält das für ne Beziehung. Sie ist die Liebe meines Lebens. Kann ich dir mal was raten? Sie könnte vielleicht gemein sein oder auch nur Scam oder dein Dad. Ich stelle mir vor, dich zu küssen. Du wolltest meine Hilfe? Internet küsse deinen Sohn. Das ist krank. Hast du Gefühle für ihn? Ja! Verdammt, dann küss deinen Sohn. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020